Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shogi Banoki mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Wir haben heute den 6. Oktober. Manchmal ist man wie blöd, ne? Kennst du das? Ja, manchmal. 6. Oktober. Und am 6. Oktober ist hier der Daniel und der Sashi im Studio. Und wir erzählen euch was von ganz viel unnützem Angeberwissen. Ja. Das Geburtstagskind von heute, das berühmte, das ist Elisabeth's Schuh. Elisabeth's Schuh? Kennst du? Ach, nach ihr sind die berühmten Schuhe benannt worden. Ja, ja, genau. Nach ihr sind die eigentlichen Schuhe. Das hieß ja ganz anders. Hieß ja vor Pantoffeln. Mokassins, ne? Mokassins oder Pantoffeln hat man gesagt, genau. Und jetzt heißt es Schuh. Ja, nach ihr benannt. Ja. Bekannt aus? Schuh des Manitou. Ja, genau. Schuh des Manitou hat sie bestimmt irgendwie so eine Nebenrolle gehabt, wurden dann rausgeschnitten. Aber Karate Kid hat sie gespielt. Zurück in die Zukunft 2 und 3 hat sie gespielt. Was hat sie noch gespielt? Hier, Leaving Las Vegas. Top Gun hat sie nicht gespielt. Das war Mc Ryan. Bist du wahnsinnig? Leaving Las Vegas hat die mitgespielt? Leaving Las Vegas, da hat sie die Prostituierte gespielt. Mit Johnny Depp und diesem... Nee, das ist sie mit den Nicolas Cage gewesen. Nicht Fear and Loosing in Las Vegas, sondern Leaving Las Vegas. Ja, okay. Ja, ja, genau. Und sie hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Gut. Am 6. Oktober. Und am 6. Oktober ist aber noch was anderes. Ja, 6. Oktober ist noch die Uraufführung des allerersten Tonfilms gewesen. Das war 1927. In New York. Das waren die... Der Film hieß The Jazz Singers. Echt? Ja. Ja, aber ich glaube, du hast in der Zeile verrutscht. Nee. Achso, ja. Am 6. Oktober. Genau. Aber das müssen wir euch hier gleich zeigen. Guck mal hier. Zack, zack. Das ist... Du hast die Reihenfolge verhauen. Ist aber trotzdem am 6. Oktober. Ja? Ja. Ja. Guck mal, du musst die 2 machen. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, da hat die 4 gemacht. Aber macht ihr nix. The Jazz Singers... Ja, genau. Ja, aber eigentlich wollte ich ja dann nach Jazz Singers oder vor Jazz Singers wollte ich ja hier vorstellen. Heute, am 6. Oktober 1978 ist der Film. Sie nannten ihn Mücke. Herausgekommen. Einer meiner geilsten Filme. Ja, finde ich super geil. Könnte ich mich todlachen. Mücke! Mücke! Begrüßt den Indianer! Oh, der Papagei sagt das doch, gell? Ja, oder wo der sagt, ich hätte gern ein kleines Omelett, sagte Bud Spencer, ne? Sagt er, ein kleines Omelett. Und dann sagt der Ober, der Kellner, sagt er so, okay, mit ein oder zwei. Ja, dann sagt er, mit 20. Ja, ein kleines Omelett. Aber gut, das war halt so der Bud Spencer-Humor. Muss man mögen oder kann man lassen. Ja. Wer ihn mag, mag mich auch. Richtig. Bud Spencer und Daniel sind ganz, ganz eng verwandt. Alias Putzfenster. Alias Putzfenster, äh, alias Daniel. Ja. Aber jetzt muss ich wieder zurück in der Liste. Jetzt musst du eigentlich das machen, was du vorhin erzählen wolltest. Verstehst du? Okay, die Süddeutsche Zeitung hat ihre erste Ausgabe. Sie erschien. Das war's. 1945, 6. Oktober. Genau, genau. Die Süddeutsche Zeitung ist erstmals herausgekommen am 6. Oktober. Die Zeitung für Wechsel tut mir sehr leid, aber trotz allem, es ist euer Angebewissen, es ist euer Bonus. Tragt's vor, egal wo auch immer. Und wir sehen uns morgen wieder am 6. Ja, heute ist ja der 6. Am 7. Oktober. Cheerio mit Sophie. Manchmal ist man echt wie blöd, ne? Alles durcheinander gewesen heute. Oh Mann, ey. Das machst du schon. Ja, ja. 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 Ja.